Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch! Hallo und willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung des Films The Old Oak, dem neuen Film von Ken Loach. Ich bin, der es du und heute an meiner Seite ist der Dominik. Grüß dich, Dom! Guten Abend! Dom, wir haben im Vorgespräch uns schon ein bisschen über Ken Loach unterhalten und wir sind, glaube ich, uns da einig. Es ist ein sehr wichtiger Filmemacher, auch ein durchaus bekannter. Wir kennen ein paar Sachen, aber wir beide würden uns jetzt nicht als große Ken Loach-Experten bezeichnen, oder? Nee, nicht wirklich. Ich habe eine Handvoll Filme von ihm gesehen, auch eher so neuere. Also wir hatten gerade eben auch schon so mal in seine Filmografie gelinst und der hat so knapp, ja, 50, 60 Filme in seiner Vita oder auf jeden Fall Regiearbeiten. Und davon habe ich ein paar gesehen. Bei dir sieht es, glaube ich, ähnlich aus, oder? Ja, also ich sage mal so, die wichtigsten habe ich gesehen, auch die, für die er Preise bekommen hat, zum Beispiel 2016 für Ich, Daniel Blake, Goldene Palme. Hat ja auch in Berlin schon Sachen gewonnen und zig andere Preise in Großbritannien, seiner Heimat und ich glaube auch sonst wo. Also es ist ein wirklich sehr bekannter und sehr umtriebiger Filmemacher, der jetzt schon 87 Jahre alt ist. Und The Old Oak soll laut seiner Angabe ja auch sein letzter Kinofilm sein. Ob das schade ist oder vielleicht doch ganz gut, das werden wir jetzt mal herausfinden. Bevor wir das aber herausfinden, müssen wir unseren Zuhörern draußen mal kurz verraten, worum geht es eigentlich in The Old Oak? Und du hast die Antwort darauf. Auf jeden Fall, eloquent wie immer. Ja, also die glorreichen Zeiten liegen längst hinter dem alten Grubendorf im Nordosten Englands. Im The Old Oak genannten Pub treffen sich nun regelmäßig die Arbeiter, die einst Untertage ihr Werk verrichteten und schließlich ihrer Meinung nach vom System verraten und ausgespuckt wurden. Doch auch diese Stammgäste reichen Pub-Inhaber TJ Ballantyne nicht, um den Laden vor dem Ruin zu retten. Unruhe in die vergessene Ortschaft bringt auch der Fremdenhass, der den ankommenden Geflüchteten aus Syrien entgegenschlägt. Die sollen in den zahlreichen leerstehenden Häusern des Ortes einquartiert werden und das stößt bei den Alteingesessenen auf wenig Verständnis. Nur TJ Ballantyne verschränkt nicht sofort die Arme, sondern freundet sich mit der jungen Syrerin Yara an. Gemeinsam feilen sie an einem Plan, sowohl die Wogen zwischen beiden Lagern zu glätten, als auch den Pub zu retten. Hey, das reimt sich am Ende. Yay, und was sich reimt, ist gut. Vielen Dank. It's poetry, it rhymes. Genau. It's poetry, ja. The Old Oak wurde geschrieben von Drehbuchautor Paul Leverty, der seit 1996 mit Ken Loach zusammenarbeitet. Und man merkt diesem Film, wie ich finde, auch an, dass da Leute am Werk sind, die ihr Handwerk verstehen. Aber ich nutze mal diese Begrifflichkeit. Es wirkt auch wieder sehr business as usual. Also du siehst diesem Film nach fünf Minuten eigentlich quasi an, es ist ein Ken Loach-Film und das nicht nur, weil sein Name im Vorspann steht. Zumindest wenn man halt ein bisschen Ahnung von Ken Loach hat. Jetzt haben wir schon gesagt, wir beide haben nicht so viele Ahnungen davon, aber es ist ein gutes Zeichen, dass wenn ich schon sage, du merkst, wer Regie geführt hat. Das ist schon, ja, wie gesagt, business as usual. Ist das was Gutes oder was Schlechtes? Was sagst du? Ja, also man kann es von beiden Seiten betrachten, denke ich. Also business as usual, da sind eben Leute, also sowohl jetzt vor als auch hinter der Kamera, die schon öfters miteinander zu tun gehabt haben. Wobei man ja sagen muss, dass Ken Loach auch sehr oft in seinen Filmen Offline-Darsteller setzt beispielsweise. Und das macht sich hier auch durchaus bemerkbar, was ich jetzt nicht unbedingt als was Negatives erachten würde. Wo man das jetzt aber eher, also dieses business as usual aufgreifen kann. Ja, es sind halt so Themen, die er schon öfters beackert hat und man merkt auch, dass das hier durchaus ein Stück weit auch eine etwas persönliche Sache ist. Also ich habe mich jetzt mal mit Ken Loach jetzt nicht, wer weiß, wie eingehend beschäftigt. Aber man merkt doch, dass, ja, das ja auch in einem Milieu oder auf jeden Fall in einer Gesellschaftsschicht spielt, die auch sehr viel mit ihm zu tun hat. Und es ist halt auch so, dass er halt immer wieder diese Themen dieser sozialen Ungerechtigkeit hervorbringt und auch immer wieder die Working Class halt im Fokus hat. Der Film spielt ja im Nordosten Englands in der Graschaft Durham. Ich bin mir gerade unsicher, ob es die wirklich gibt. Aber so wie ich Ken Loach kenne, gibt es die vermutlich. Und wenn, dann ist hier ein Platzhalter für Dutzende andere Orte, die es so gibt. Und im Fokus steht ja der von dir eben schon erwähnte TJ Ballantyne, gespielt von Dave Turner. Und der ist also sowas von das Herzstück von diesem Film. Das kann man kaum in Worte fassen. Er ist der Besitzer dieses The Old Oak. Und dieser Dave Turner hat früher, ich habe ein bisschen recherchiert, früher schon bei Ken Loach mitgespielt. Meistens aber nur so kleinere Rollen. Und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, als ich den Film gesehen habe, dass dieser Dave Turner gar kein Schauspieler ist. Du hast ja schon gesagt, Ken Loach arbeitet gerne mit Leihendarstellern. Sondern dass Ken Loach einfach gesagt hat, ey, du hast doch diesen Pub, dieses Old Oak, mache ich einen Film über dich. Dieser Film und vor allem der Dave Turner wirkt als Figur so unglaublich authentisch, dass es dem Film wirklich zugute steht. Was sagst du zu Dave Turner als TJ Ballantyne? Der hat mir super gefallen. Der ist das emotionale Zentrum und ist auch größtenteils so ein ruhender Pol. Aber man merkt trotzdem, dass es irgendwie auch so ein bisschen, ja jetzt nicht direkt in ihm brodelt, aber dass da auf jeden Fall auch viele Unaufgearbeitetes ist. Und das vermittelt Dave Turner, ja mit einem eigentlich relativ zurückgenommenen Spiel. Aber das fühlte sich generell, fühlte sich das für mich sehr, ja, wenn man jetzt in Anbetracht der Tatsache authentisch sagen kann. Also vor allem die Szenen im Pub, allein schon der Slang, der da gesprochen wird. Wir können an dieser Stelle, ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich auch den O-Ton gesehen, oder? Nee, ich habe tatsächlich die deutsche Fassung gesehen. Ah, okay, dann kannst du dazu ja was sagen, weil die hatte mich im Trailer schon abgeschreckt. Ich habe ihn mir auf Englisch angesehen und kann es tatsächlich Leuten, die des Englischen mächtig sind, auch nur empfehlen. Weil, ja, so dieser britische Arbeiterklassen-Slang oder eben die Region, in der sie hier wohnen, das gibt dem Ganzen schon ein gewisses Flair. Wie war das denn in der Synchro? Ja, die Synchro ist schon sehr flach. Also, das muss man ganz klar sagen, da fehlt, glaube ich, schon einiges an diesem Charme, an dieser, ja, an diesem Ambiente einfach. Also, die Synchro ist da, aber ich finde es halt immer schwer, weil wie willst du sowas synchronisieren? Es ist, sag mal so, besser, du synchronisiert es flach, als ob du dann versuchst, gut, wir haben Slang, also geben wir ihnen einfach mal deutsche Dialekte. Und das wäre, glaube ich, dann auch eher unfassend. Also, ich würde auch, ich würde auch ganz klar zur Originalfassung mit Untertiteln raten, wenn ihr die zu sehen bekommt, aber die deutsche Fassung ist, ist schon, glaube ich, schon schwächer, aber da kann die deutsche Fassung nichts für. Mhm, sagen wir es mal so. Kommen wir mal von der deutschen Fassung zu, jetzt, ja, die Inszenierung des Films. Und Ken Loach, wie gesagt, Ende 80, hat viel gemacht. Er war aber nie ein Regisseur, der jetzt besonders für auffällige Inszenierungen bekannt war. Er war immer, wie man schon so sagt, down to earth. Und das merkt man jetzt hier auch bei The Old Oak. Und wenn mir etwas missfallen hat bei The Old Oak, war es tatsächlich, wie öde diese Inszenierung war. Und vor allem die Musik fand ich stellenweise echt einfach nur nervtöten, weil es war einfach so ein Pianogeklimper, was sie wirklich so gefühlt lustlos drübergelegt haben. Und ich habe dann irgendwo mal was gelesen und ich finde diesen Vergleich, der passt. Nämlich Ken Loach ist quasi, ja, die Linksvariante von Clint Eastwood. Und ich finde, das passt, dieser Vergleich. Wenn man sich die letzten Clint Eastwood-Filme anguckt, der politisch immer eher ein bisschen rechts unterwegs ist, ist Ken Loach immer sehr deutlich links unterwegs. Und die Filme von beiden zeichnen sich durch tolle Schauspieler aus und durchaus auch interessante Geschichten. Aber von der Inszenierung her wirkt es immer so ein bisschen wie, ja, Kamera ist aufgestellt, Action, gut, Cut, nächste Szene. Und das finde ich, es bricht dem Film nicht das Genick, Gott bewahre. Aber wenn ich einen Schwachpunkt ausmache bei The Old Oak, ist es ganz klar die sehr langweilige Inszenierung. Was sagst du dazu? Ja, der Film hat auch so ein bisschen Leerlauf, beziehungsweise setzt er in meinen Augen auch so ein bisschen den Schwerpunkt falsch. Weil es geht gar nicht mal so sehr um das Old Oak. Ja, das ist schon irgendwie so der Fixpunkt der Handlung. Aber in erster Linie dreht sich sehr viel um Dave Turners Figur. Und wie er eben, ja, erst die syrischen Geflüchteten wahrnimmt und dann auch im Gegensatz zu seinen Pappkollegen dann auch ins Herz schließt und dann auch unterstützt. Ich hätte mir, also ich weiß nicht, wie es dir ging, warst du am Überlegen, weil das Ganze ist ja ganz bewusst im Jahr 2016 angelegt. Also ja, wo eben auch schon sehr, sehr viele Geflüchtete aus Syrien nach Europa geflohen sind vor dem Assad-Regime oder auch dem IS. Hast du gedacht, dass das eine wahre Begebenheit ist? Ich weiß das nicht, aber ich konnte mir vorstellen, dass es so oder so ähnlich halt abgelaufen ist in anderen Orten. Und was er ja auch wirklich ganz gut macht ist, also er positioniert sich ganz klar gegen Rassismus und gegen Hass und gegen Gewalt. Er ist aber jetzt kein Filmemacher, der jetzt sagt, pass auf, der Typ da hinten in dem Papp, der hat was gerade gesagt gegen Flüchtlinge. Das heißt, der ist böse, der Film versucht ja schon so ein bisschen differenzierter zu sein und zu ergründen, warum sind die denn so drauf? Warum sind die gerade sauer? Das ist ja auch immer so, die Kernkompetenz von diesem TJ ist ja wirklich, dass er den Leuten immer wieder mit aller Ruhe versucht zu erklären, ja, pass auf, dir geht das nicht gut, aber überleg mal, die sind gerade aus dem Kriegsgebiet geflogen. Was glaubst du, wie es denen gerade geht? Das ist so, dass der Film ja schon versucht, die Menschen zusammenzuführen. Der ist ja schon versucht, eine Art Verständnis aufzubauen für beide Parteien. Aber auch ganz klar sagt, hör mal, was du da gerade gesagt hast, ist halt rassistische Drecksscheiße, lass es mal lieber sein. Also man merkt schon ganz klar, dass dieser Film eine ganz, ganz klare, glasklare Positionierung hat. Die hat mir auch sehr gefallen. Es hat natürlich schon ein bisschen was auch Märchenhaftes. Also es ist jetzt nicht so, dass die gute Fee rumfliegt, aber ein paar Sachen, die sie hier vorhaben oder durchführen, gelingen ihnen auch stellenweise erstaunlich einfach. Ich würde es vielleicht so als realitätsnahes Märchen bezeichnen. Trotz allem finde ich, dass es ganz gut ist, weil solche Geschichten brauchen vor allem auch immer einen Prise Optimismus. Und die hat der Film ja. Also er ist nicht nur optimistisch, gibt auch sehr harte Rückschläge. Aber ich kam aus diesem Film raus und hatte das Gefühl, ja, man kann es schaffen. Man kann miteinander koexistieren. Man kann andere Kulturen miteinander kombinieren, ohne dass man sich gleich an die Gurgel geht. Selbst in so einer, ja, in so einem groben Dorf wie Dörnham in Nordostenengland. Man muss ja sagen, also er spielt das Thema Rassismus selbstverständlich aus. Da hätte es in meinen Augen aber auch noch Luft nach oben gegeben. Also ich hätte sehr viel mehr sehen wollen, weil sie, sie bauen dann ja eben im Old Oak so eine Art, ja, Armenküche auf. Und davon sehen wir aber gar nicht mal so viel, beziehungsweise wie sich das so nach und nach entwickelt, auch wie sie das irgendwie überhaupt gemanagt bekommen. Ich meine, die, die, also das Konzept dahinter ist ja, dass jeder unabhängig von seiner Herkunft dort was zu essen bekommt. Egal was ist. Und das ist ja auch absolut ehrenwert. Aber, ja, ich weiß nicht, ich hatte auch vom Titel her, hatte ich erwartet, dass der Fokus da ein bisschen mehr drauf liegt. Und dann ist er aber doch spürbar eben auf, äh, äh, Ballantyne. Der, äh, der ja auch wirklich gut spielt. Wobei ich da dann auch die Inszenierung kritisieren muss. Da sind Stellen, die gehen schon so, also du hattest schon angesprochen, märchenhaft. Ähm, ich muss es jetzt nicht so ausführen, aber da ist eine Sequenz, die ist jetzt zwar nicht, wer weiß wie, pathetisch, aber doch recht sentimental, äh, für mich gewesen. Und das, das wirkte auf mich fast ein bisschen deplatziert, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, da gibt's schon einige von so größeren, kleineren, äh, Stellen, wo man sich schon fragen kann, ob das jetzt so gut da reinpasst. Aber auf der anderen Seite, äh, finde ich, ähm, signalisiert halt Loach damit schon halt eben, dass es halt Hoffnung gibt. Ähm, und das, finde ich, ist dann schon auch was wert. Natürlich kann man auch sagen, für wen ist dieser Film eigentlich gemacht? Weil, seien wir ehrlich, niemand, äh, der, von den Leuten, die dort in diesem Pub sitzen, sag ich mal, und da ihre, äh, rassistischen Phrasen dreschen, äh, wird sich niemand von denen würde sich so eine Art von Film angucken. Nein. Das ist schon ganz klar. Das ist ein Film, der wird vor allem von einem politisch eher linken Publikum, äh, bevorzugt, äh, und deswegen ist es vielleicht auch so ein bisschen ein, ja, ein wichtiger Film, aber vielleicht ein Film, der alleine auch von seiner Inszenierung, äh, vielleicht dann letztlich auch nicht viel erreichen wird. Seien wir ehrlich. Ja, obwohl das hoffnungsvolle, äh, trägt der für mich vor allem schon am Ende. Also ich weiß, da, äh, ist dann die Gefühlsklaviatur auch nochmal an von George Fenton, von dem Komponisten. Ähm, aber das Ende an sich fand ich, fand ich eigentlich sehr schön. Ähm, und das ist auch, also, das muss man sagen, wenn, wenn Ken Loach leise Töne anschlägt, dann trifft er die eigentlich auch, finde ich. Ähm, und dieses, dieses, äh, diese Schlussszene, wo, äh, ja, irgendwie, äh, auf jeden Fall einem Verlust Tribut gezollt wird. Da ist halt auch wieder ein bisschen schade, dass da eben nicht so die Vorarbeit war, was haben die jetzt genau eigentlich für ein Verhältnis zu der Familie? Also, da kommen ja dann wirklich alle aus dem Umkreis, ne, und, äh, zollen da ihren, ihre Anerkennung. Ähm, auf der anderen Seite hab ich mir so ein bisschen gedacht, weil ich, ich mein, das, das ist ja letzten Endes das Bild, mit dem Ken Loach dann irgendwie auch so seine Karriere beendet, ne, und da hat mich dann, da hat mich dann schon so ein bisschen Wehmut gepackt, weil, wie gesagt, ich hab noch nicht so viel von ihm gesehen, aber, ähm, da hatten wir auch gerade im Vorfeld schon drüber gesprochen, Ken Loach ist so ein Regisseur, den kannst du, glaub ich, relativ schnell einschätzen, selbst wenn du nicht sein gesamtes Werk, äh, äh, irgendwie intus hast, ne? Ich muss auch sagen, was er auch sehr gut hinbekommt, ist, ähm, es gibt wirklich ein paar Dialoge, die ich sehr gut finde, oder Monologe, es gibt, ähm, die Yara, das ist ja die Syrerin, die noch so, die, den ersten Kontakt mit, äh, TJ hat, weil sie halt eben die Sprache auch, äh, versteht und sprechen kann, ähm, und die und ihre Familie sind ja auf der Suche nach ihrem Vater, und da gab sie halt diese Szene, wo sie, TJ halt, äh, sagt, dass sie eigentlich gar nicht mehr hofft, dass ihr Vater noch lebt, sondern eigentlich mehr hofft, dass er tot ist, damit das endlich alles vorbei ist, und das ist so, das sind so echt starke Aussagen, und die treiben diesen Film qualitativ auch wirklich voran, äh, und wenn du nichts mehr hast, würde ich auch vorstellen, dass wir zum Fazit kommen. Ja, ich, äh, möchte da noch, äh, eins kurz ein, äh, aufgreifen, äh, wo ja auch wieder so, ähm, ja, ich sag mal, der, der Gemeinschaftssinn, äh, in der Arbeiterklasse durchkommt, also der Film ist ja angereichert mit vielen Zitaten, äh, die irgendwie noch so aus der, äh, Streik der, ähm, also hier, Streik der Minenarbeiter wird ja immer wieder drauf referiert, ne, und dadurch wird das Ganze auch gut in, in dieses Setting eingeflossen, beziehungsweise dieses, äh, ja, dieses Gemeinschaftsgefühl wird letzten Endes auch auf diejenigen, die eigentlich erst so, äh, Teil der neuen Masse werden, dann auch übertragen, also da ist eigentlich auch ein schöner Integrationsgedanke, wie ich finde, und deshalb ist das dann eigentlich umso, ja, äh, 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 bitterer, dass dann ausgerechnet diejenigen, die das eigentlich ihr Leben lang hochgehalten haben, dass die dann halt, äh, ja, sich eher abweisend geben, sagen wir es mal so, ne, und, äh, eins möchte ich noch kurz sagen, es wurde ja auch ganz kurz mal auf Social Media, äh, referiert, äh, durch solche Szenen, also das, das war jetzt nicht, ich weiß nicht, wie tiefschürfend oder so, aber da sah man halt Social Media-Posts, da denkst du dir, die könnten auch von hier stammen, ne, beziehungsweise auf, äh, äh, in Netzwerken wie Facebook oder so, und auch dann der Populismus, der da durchkommt, dann auch meistens rechtsgerichtet ist, da merkst du letzten Endes, ob du hier bist oder in Großbritannien, es ähnelt sich alles immer sehr. Aber ja, wir können ich mich mal vor, The Old Oak ist ein guter Film, kein umwerfender Film, er ja, er lebt vor allem durch den Hauptdarsteller Dave Turner, der wirklich eine ganz hervorragende Performance abliefert, Ken Loach bleibt halt einfach Ken Loach, wenn ihr zwei Filme von ihm gesehen habt, dann werdet ihr genau wissen, was euch bei The Old Oak erwartet der ist ein netter Film, ein schöner Film, ein wichtiger Film, ich glaube trotzdem, dass dieser Film halt niemanden außerhalb seiner Bubble erreichen wird sei es drum, wenn das wirklich der letzte Ken Loach Film sein sollte wie er selbst sagt, dann ist es ein guter letzter Film und damit würde ich sagen, ja, guckt euch den gerne an, ich würde eine Empfehlung aussprechen, wie sieht es bei dir aus? Ja, kann man durchaus empfehlen, ist jetzt auch also ich meine, da gibt es ja deutlich andere Sachen nochmal zur Integration, auch hier aus Deutschland zum Beispiel, also weiß ich nicht, das ist jetzt zum Beispiel kein Willkommen bei den Hartmanns oder so ähm, äh, kann man sich schon durchaus ansehen, ist vielleicht auch passend für Ken Loach ein relativ, ja nicht jetzt durchweg zurückhaltendes Werk aber er geht dann doch relativ mit leisen Tönen am Ende und das passt dann durchaus zum Regisseur, der sich dann jetzt hier seinen Ruhestand mit verdient hat, auf jeden Fall Den Ruhestand verdient haben sich auch Dominik und ich, aber keiner macht Panik, wir kommen zurück und wenn ihr noch mehr von uns haben wollt dann seid ihr ziemlich bescheuert aber gut, dann sei erwähnt, wir haben eine Webseite beziehungsweise nicht wir, sondern ein Tele-Stammtisch www.tele-stammtisch.de außerdem findet ihr den Tele-Stammtisch überall wo es Likes gibt und damit sage ich vielen Dank fürs Zuhören und Dominik, dir gebe das letzte Wort Ciao, ciao Sehr geehrte Damen und Herren wertes Publikum, liebe Hörende vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit ich hoffe sehr, euch hat gefallen was ihr gerade gehört habt wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen also meldet euch bei uns, wir beißen auf außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes vielen Dank und bis zum nächsten Mal euer Andi